Hey, Chris! Hallo, Peter! Weißt du, ich hab mir gedacht, als ich so alt war wie du, hat mir mein Onkel Roy ein Bier angeboten. Nach dem Trinken war ich so aufgeregt, dass ich einschlief. Ich muss im Schlaf gezappelt haben, denn als ich aufwachte, hatte ich keine Hose mehr an. Onkel Roy hab ich danach nie wieder gesehen. Stellt es sich raus, wir waren nicht mal verwandt. Aber dass er damals ein Bier mit mir geteilt hat, fand ich absolut mega cool. Doch die Zeiten haben sich geändert. Ich hab Crystal Meth mitgebracht. Ziehen wir's uns als Vater und Sohn gemeinsam rein. Ist das ne gute Idee? Ich sag dir was, ich fang an. Jetzt geht's. Jetzt geht's mir besser. Ist der Stoff auch sicher okay? Also die Typen, die's hergestellt haben, sind tot. Warum ist in der Wand da kein Loch? Ich hab Crystal Meth mitgebracht. Jetzt geht's. Jetzt geht's mir besser. Warum ist denn der Fintag ein Loch? Scheiße, ich bin kurz vorm Abheben. Und das Glücksbärchen ist nur ein Glücksbier. Und das Glücksbier hier ist nur ein Glücksbier. Das Glücksbier hier ist nur ein Glücksbier.